Herzlich Willkommen zurück zur Dead Island natürlich weiterhin mit Spor mit Snow und meiner Wenigkeit und irgendwas müssen wir hier unten suchen was wir vorher nicht gefunden haben jetzt haben wir es toter Schlüsselbesitzer hier war ein Schläger, der war kacken lass den mal hochkommen Jo Gute Idee Oh, ich wollte den umrennen Das ist keine gute Idee Naja, wir locken den hoch Oben haben wir eine viel bessere Chance gegen den Ja Stufe 11 ist der Komm, komm Gut, 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 gut Komm zu Mama und Papa Nein Boah 683 Aua Boah, ich muss Midi-Kit nehmen Sonst sterbe ich, da hab ich jetzt keinen Bock drauf Ja, bleib zurück Oh, ich nehm Midi-Kit Lol, ersetzt sich voll die Spritze, alter Doch, schreien Jawoll Lol, ich hab umgerannt und dann hat er mich geschlagen oder was Jetzt noch Boah Boah Nice So muss das sein So, weiter geht's Er hat irgendwas dabei, ne? Echt? Ja, das hast du aufgesammelt Was hab ich denn aufgesammelt? Einen Hammer Einen Orangenen, dann hab ich sonst nichts Einen Schraubenschlüssel, Holzbrett Wir müssen jetzt zu diesem Typen zurück Warte, ich will grad gucken nicht, dass das was für dich war Ne, höchstens was für die Quest Ja, das könnte sein, aber sonst Komm, wir müssen erstmal zur Bar, damit du dich hier auffüllen kannst Ja, genau Ja, ne Spritze hab ich nicht mehr Die hab ich mir vorhin schon reingedonnt Also, so ne Spritze bringt ne halbes Leben Mehr nicht Hier ist Energy Energy Noch mehr Energy Er ist auch übelst geil, ne? Mit Energy macht man Leben wieder fit Oh, verfehlt Alles klar wieder voll Alles klar wieder voll Verpiss dich, Juma Boah, ey Er säbelt alles nieder, Leute Scheißegal, was passiert Die Machete geht voll ab So, wo müssen wir jetzt hin? Ich bin voll Oh, ich jetzt auch Wir müssen hier weiter raus Okay Boah Leute, ich renn die ganze Zeit um Bom, 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 bom Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Schaden macht Hier ist wieder ein Runtergang Ja Hier links Ich geh hier, äh Die andere sind Waches Brecheisen Schaden 88 Okay Nehme ich nicht mit Oh, warte mal, wie viel Platz hab ich denn? Ja doch, nehm ich mit, kann ich ja verkaufen Ja Okay Ich bin durch Nein Nein Telefon im Mülleimer Ja, das ist voll geil Ja, das ist voll geil Oh, sind fertig Können weitergehen Hier rechts Also, dass man wirklich alles durchsucht ist, eigentlich gar nicht so schlecht Hat auf jeden Fall schon Sinn, alles zu durchsuchen Ja, und wie ihr seht, man kann auch mal zurückgehen, da gibt's auch wieder neue Missionen Genau Neue Gegner und neuen Loot und ja EP EP, wollte ich grad sagen, ja Oh, hier können wir die Tür aufmachen Hier ist ein Messer für Stufe 14 Okay, ich brauch das Blut überall Ja, hier waren wir eben gerade schon mal drin Und jetzt, wo der Teddybär war Und jetzt gibt's hier das Messer Stufe 14, das ist doch komisch, oder? Ja, ich muss mal eben sowieso hier im Inventar ein paar Waffen austauschen Oh, das könnte ich auch mal gerade machen Da hast du eigentlich vollkommen recht Ähm, die ist nämlich schon völlig kaputt Na gut, wir haben eigentlich alle Sachen, die wir so haben Haben wir eigentlich, äh, an uns, Leute Ja, stell ich auch grad fest Ja, gut, ich hab noch, äh, zwei Heile und eine Halbe Ja, ich hab noch das Brecheisen, was ich grad aufgesammelt hab Und, äh, noch drei Waffen für Stufe 14, die ich noch nicht benutzen kann Ja Eigentlich mit der Tussi hier Wer arbeitet hier einfach nur, oder was? Ja, ich schätze, die ist breit, die alte Ja Das hier Opfer Ja, weiter geht's Also, es lohnt sich auch, wenn man das sieht Okay, die Tür ist zu, ruhig nochmal reingehen Okay, jetzt dürfen wir hier rein Okay, jetzt dürfen wir hier rein Zu den Safe Safe? Hier Ja Das ist es, ja, haha, muchas gracias, amigos Okay, hier ist dein Anteil, 351 Dollar Sehr schön Nice Ja, das war's, weiter geht's Jetzt können wir, oh, hier vorne ist noch eine Quest Snow jetzt Ja, der Typ Amigos Amigos Rettungsschwimmer-Turm gehen sollen Kannst du mir helfen, dort hinzukommen, wenn du das machst? Ach, warum lese ich das vor, das könnt ihr ja selber lesen Okay, ja, machen wir I'mma try Gracias, we better go, huh? Okay, wir sollen jetzt den da hinbringen, Snow Jo Machete dürstet noch Blut Rapido Äh, ich werd erstmal ne neue Waffe nehmen Ach, du Scheiße, Alter Schaffst du das da? Jo Np Np, Junge Np, wie der hier geht, Alter Als wenn er in der Hose geschissen hätte Guckt euch den mal an Er hat doch voll in der Hose geschissen, Alter Er hat doch voll in der Hose geschissen, Alter Er hat voll in den Kackstift in der Hose Jetzt fängt er das Laufen an Ja, Snow macht den down Wir gehen weiter Ja Der bleibt nicht stehen, der Typ, ne? Jo, ich komme Hat er wieder gekackt Ja, das sieht aus, Alter Guck dir jetzt an, Alter Oh, da kommt einer Loll Jetzt rennt er wieder, wie ein Kackstift Er wieder läuft, ey Ist das fair Ist das fair? Das hab ich noch nie gesehen Ich schiebe ihn Ja, du blockst den Komm Junge Guck mal Lauf, ey Da hast du den Arsch getreten Guck Alter, wie das hier überall aussieht, ne? Ja, überall Blut Ja, hier liegen überall voll die Fleischstücke rum und boah Oh, hier geht es hier lang, Snow Oh Oh, sie sind schon da Ja, sehr nice Jawoll Ah, bitteschön 600 EP und Oh, ne Knarre Yeah Cool, Alter Revolver, Alter, die rüsten wir aus Ich hab's richtig mit einem Schuss, oder? Keine Ahnung Ein Schuss, ja Loll Kannst du dir selber noch einen Headshot geben Wo die Zombies dich fressen, ne? Ja, aber nicht schlecht eine Waffe zu haben Die werde ich auf jeden Fall da lassen, weil dann habe ich nämlich alle Slots besetzt Apropos reparieren hier Genau Ja, Leute, das gehört halt auch damit zum Spiel dazu Wie ich schon so oft euch immer erklärt habe So, wir Wenn wir es machen, dann spielen wir es richtig und ich schneide halt auch nichts raus Also ich werde jetzt auch die normalen Waffen reparieren, weil das sind teilweise meine besten Waffen, ne? Ja, ich auch, aber ich habe jetzt so meine Äh, zwei, vier, fünf Waffen Du hast ja fünf Slots in dem Sinne Ne? So, jetzt bringe ich erstmal den Alkohol zu dem Penner Ja, ich habe auch wieder den Alkohol gegeben Okay, habe ich gemacht Monotauf Cocktail bekommen Wir haben jetzt schon drei Monotauf Cocktails und zwei Alkohol habe ich jetzt noch über Sehr nice Oh, hier Äh Haben wir jetzt hier in der Gegend noch eine Quest oder können wir jetzt schnell Reise nehmen? Ja, wir können gleich schnell Reise nehmen Ich will aber noch Äh Hier was verkaufen Achja, genau Können wir auch mal Also wo ist denn der Typ? Auf der anderen Seite der Wand Wo ist denn der Typ? Auf der anderen Seite der Wand Oh, ich habe gerade Alkohol hier gefunden Sag ich schon wieder drei Flaschen Ah, der war doch hier links Ja Okay, was können wir denn verkaufen? Ja, eigentlich äh Gar nichts Doch das Holzbrett können wir verkaufen Leute, das ist äh Schwachsinn Ja, und das war es, also mehr verkaufe ich nicht Ich weiß auch nicht ob es sinnvoll ist, dass meine Klasse einen Revolver zu behalten hat Also, aber Egal, einfach mal ausprobieren, was damit töten Genau, ich gehe da einfach von aus, man wird ihn vielleicht irgendwann auch mal brauchen Ja Ne, dass wenn zu viele kommen und du hast keine Raserei Es wird ja nicht so ähm Klein bleiben, also wie viel Prozent haben wir, man konnte das irgendwo sehen Äh, wir haben erst acht Prozent vom Spiel geschafft Ja Also, ja Ja, wie gesagt, wir Spielen es halt ein bisschen anders wie andere Let's Play, aber ihr kennt das ja schon bei mir So Ja, Shellreise würde ich sagen, ne? Ich habe keinen Bock mit dem Auto zu fahren Achso, ja, natürlich Ne, wenn es den Kackler Tütz da oben schon gibt, dann drücke ich das diesmal an Um den Leuten zu zeigen, wie das aussieht Ich weiß nur nicht, ob du... Äh, aber den Teddybären, ne? Den müssen wir auf halber Strecke zurückbringen Ja, dann müssen wir Auto fahren, jetzt noch Ja Ja, wir sind gerade erst angefangen mit dem Spiel Und ich glaube, 20 Minuten vor ihm ist immer ganz okay Ja, man muss es sich ja auch schaffen, den Tag das anzugucken Lass mich fahren, ich habe das Ziel drin Okay Ich möchte aber mal als Beifahrer sitzen Ich habe noch nie als Beifahrer gesessen Immer hinten Ah, jetzt Yeah, come on, schön umgucken hier No, dann lass, zeig mal, was du kannst Ja, wir machen dasselbe Prinzip, wie ich es früher mit Spawny gemacht habe Einer von uns, meistens derjenige, der nicht aufnimmt, macht mal Jawoll Hahaha Na, Schalter Oh nein, ich bin ausgestiegen Aber nichts passiert Na, ein Zombie? Ich hoffe, das ist so ein Beispiel Ja, es ist noch, hier kannst du Verbände mitnehmen Ja, nimm du mit Was wolltest du? Ich denke, hier oben ist die Quest So, da können wir auch von hier aus zu Fuß weitergehen Genau, wir müssen uns nur merken, wo das Auto stand So, und hier sollten wir eigentlich den Teddy abgeben Hier nicht Ja, wieso kriege ich jetzt die Tür? Ah, hier ist die Tür auf Ach, scheiße, was mache ich denn? Jetzt kriege ich sie auf, Roms Hier ist das Bad Hier ist die Olle gleich Wasser? Oh, hier kann man Wasser, genau Oh, Wasser, 100 EP Jawoll Jawoll Alter, das Rattert gerade bei mir Oh, und 70 Gold gibt es, glaube ich auch noch mal, ne Ab, jawoll, Aufstieg Äh, ich noch nicht Oh, der ist aber alte Oh, das alte Oh, ich denke man Alter, wie viel Wasserflaschen habe ich dann eingeblendet Ja, ich auch Oh, jetzt bin ich fertig So, jetzt gebe ich der alten den Teddybär. Schönen Dank, 50 EP. Nö. Was ist das denn? Bauplan. Bauplan für Bolzen und Muttern. Bauplan für Bolzen und Muttern, ja cool. Wir werden natürlich auch noch mal bauen. Also, bleibt ruhig, aber Snow hat halt dass es besser ist, wenn wir später damit anfangen und hier nicht gleich alles durchballern. Erstmal ein bisschen sammeln. Wie gesagt, 8% vom Spiel ist ein feuchter Käse. Ich brauche noch 2000 EP, bevor ich Level abhabe. Welches Level bist du denn jetzt? 11. Ich bin gerade 12 geworden. Ja gut, dann würde ich sagen, weiter, ne? Warte, ich muss hier noch Skillpunkt verteilen. Okay, dann mach das. Häää! Ja, und ich werde in der Zeit mal ganz kurz in den Optionen gucken, Leute, ob man hier irgendwas schatten, große Shadow Map, Laubqualität, Effektqualität, denn man kann diesen Blue-Effekt gar nicht ausstellen. Ne, man kann hier sehr wenig einstellen in dem Spiel. Ja. Er ist manchmal ein bisschen nervig. Ja, das ist halt ne Konsolen-Future, um das Spiel, hier ist auch Energy, wenn du was brauchst. Ja, aber hier ist unser Auto. Oh, Auto. So, dann fahr du zum Leuchtturm. Er tritt erst mal gegen das Auto. Dreckskarre. So, kannst Gas machen. Ich bin drin. Oh, sitzt du fest? Ah, ein bisschen weiter zu dir? Ja, sehr schön. Vollgas. Klatsch. Ich weiß, warum du nicht klarkommst. Das ist ein Rechtslenker. Ja, 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 ja. Oh, Scheibe kaputt. Ach, lol. Du haust da auch gegen, lol. Als Freu. Oh, er hat mitgeschliffen, die ganze Scheiße. Wie die da dran kleben bleiben. Da ist noch einer. Jawoll. Jeden EP mitnehmen, Leute. Hier ist der Quest gleich. Oder ist es da oben? Ja, ist oben. Ja, da geht's gleich los mit neuen Quest. Absolut geil. Oh, das war aber knapp, Snow. Okay. Da sind wir. Hier ist sofort die Quest. Genau, hier machen wir jetzt erst mal weiter. Kannst du noch mal einen Mann sehen? Schwache, eingebaute Doppelklinge. Da nehme ich natürlich mit. Hast du noch am Mitnehmen auf jeden Fall, ne? Und wenn du es verkaufst, den Scheiß. Eben. Du kannst auch direkt verkaufen. Wo ist das denn? Was hat der denn hier? Eine Keule. Ah, Alter. Alter. Die kaufe ich. 187 Damage. Die kaufe ich. Aber wie viel hat die bei dir? Äh, 176 plus 25. Und Wucht, 373 plus 113. Was? Die kaufe ich. Alter, die. 3000, ja. Das ist mir jetzt so scheißegal, Leute. Ja, ich will hier Keule äh, fallen lassen, ausrüsten. Und zwar schmeißen wir ist egal, das Ding in hier ist mal weg. Alter, das ist doch eine Keule, Junge, hier. Hä? Hä? Wolltest du mal ein bisschen befummelt werden, Baby? Hier. Du meiner Keule. Hä? 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 Ich mach dir den Tiger. Küss mich, los. Küss mich und guck mich nicht so an. Küss mich. Mal hier durch die Gegend schubsen. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ich versuche hier ein Business. Leute, der raucht hier einen durch, guck mal. Ja, es ist nichts normales, Leute. Das qualmt zu doll. Ja, mit Filter. Mh, schon klar. Bist du ja für ein Warmduscher? Fangen wir hier mal an mit Chris. Ich war in Kontakt mit den Piloten von diesem Flugzeug, das runterging. Es war voll von Passagern und sie sagten, dass sie eine emergency-Landung nahe am Ende des Jungels machen. Ich habe dann Kontakt mit ihnen verloren, aber wenn sie das Flugzeug sicher landen, dann können wir es nutzen, um die Hölle aus dieser Eiland zu holen. Okay. 3.500 RP. Militärmachete gibt es dafür. Ja, wie. Nice. Alter, die Mission müssen wir machen. Okay, dann würde ich sagen, ihn hier als nächstes. Den mache ich dann mal. Ihr Name ist Linda. Sie hat ziemlich schlecht geblieben. Ich weiß nicht, wie sie es hier machen kann. Wahrscheinlich hat sie es auf Adrenalin. Sie braucht Päinkillers und Bandage. Können Sie sehen, ob Sie einen finden können? Ja, haben wir doch. Ja, klar, machen wir. Let's do it. Danke. Der direkte Ambulanz auf der Straße zu den Bungalows und Medikalsupply in der Lifeguard-Tower. Ja, habe ich ja gerade mit dem. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie Päinkillers und Bandage finden in jedem Platz. Vielleicht gibt es ein Resilterfahrzeug auf der Beach. Tja, um zu beantworten, okay? Sie ist wirklich zufrieden. Ich habe das Zeug mit, mein Freund. Hier, gebe ich dir. Verbände. Bitteschön, nochmal einen Verband. Nochmal einen Verband. Das ist genau das, was ich brauchte. Danke. Du hast nur diese Mädels Leben gebraucht. Okay. Jawohl. Bauplan für... Die Obombe. Und 8 Dollar. Okay. Sehr nice. Gleich eine Quest wieder erledigt. So sollte es sein. Was haben wir hier? Hier haben wir die nächste Snow. Erstmal den Raum hier, würde ich sagen. Steven ist looking for me? Ach, das ist für Maggie. Ja. Ja, cool. Aber die gibt nur 300 EP und da müssen wir echt weit zurück. Ne? Ne, 337 Meter, das geht eigentlich, ja. Ja, aber es sind ja auch Autos da jetzt, ne? Energy Drink. Okay, nächster Raum, würde ich sagen, ne? Oh. Ah, hier oben sollten wir ja auch was machen. Warte auf andere Spieler. Ich bin durch die Tür gegangen, Snow. Ja, ich komme. Ja, wir sagen erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.